Hallo, mein Name ist Max und ich bin von der BUND Jugend Leipzig und unser Projekt für dieses Ziel ist der Podcast Grün auf dem Ohr, in dem wir mit Leuten reden, die sich in Umwelt, Natur und nachhaltigen Aktivismus engagieren und versuchen so Fokus auf diese Leute und ihre Projekte zu geben, dass sie mit diesem Fokus und der Awareness möglichst viel beitragen können zu den nachhaltigen Communities und Städten hier in Sachsen.